Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Vorlesung Vektor und Tensorrechnung und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir werden ja sehen, ob Sie dann auch bleiben wollen, weil da muss man ja immer erst nachschauen, ob einem das wirklich taugt, was man da so hört. Und Sie wissen ja, es ist keine Pflichtlehrveranstaltung. Also wenn Sie die nicht machen, wird Ihnen das niemand schlecht anrechnen. Aber ich glaube, wenn Sie es durchstehen, und man kann das schon durchstehen, dann werden Sie davon etwas profitieren können. Erstens für die Einführungsvorlesung, aber auch für weiterführende Vorlesungen. Ich kann erzählen, dass ich selbst diese Vorlesung begonnen habe vor vielen Jahren auf eigene Initiative, weil ich gefunden habe, dass in der Physikausbildung sehr wenig von Tensoren vorkommt. Und auf einmal haben alle gefunden, das muss man doch eh wissen. Und die haben mich gewundert, warum ich das nicht weiß. Und da haben wir gedacht, das wollen wir so machen, dass also die Kolleginnen und Kollegen das dann eben schon wissen. Also daher Vektor und Tensorrechnung. Nachdem das ja für Anfänge im ersten Semester von Anfang an immer gedacht war, fange ich auch quasi bei Adam und Eva an. Also natürlich, wie man mit reellen Zahlen rechnet und solche Sachen, davon gehe ich aus. Aber mit Vektoren, da wissen Sie jetzt sicher mehr, alles, was wir jetzt am Anfang machen. Und wenn Sie denken, nein Gott, das kenne ich eh schon alles. Dann würde ich Sie um zwei Sachen bitten. Erstens, lassen Sie sich nicht sofort abschrecken. Denken Sie sich, dort gehe ich gar nicht mehr hin. Das ist eh, was ich eh schon alles weiß. Weil es wird sich dann schnell so ändern, aufbauend auf dem und weitergehen, dass Sie eben nicht mehr das alles wissen. Und eben das Zweite, schalten Sie nicht einfach weg. Weil Sie versäumen unter Umständen den Punkt dann, wo Sie einsteigen sollen. Das ist eine gefährliche Geschichte. Und auf einmal ist man dann hinten auch. Also nehmen Sie das auf sich, dass ich Ihnen jetzt noch einmal kurz erkläre, wie zwei Vektoren addiert und mit einer Zahl multipliziert wird und so weiter. Das ist der Vollständigkeit halber, um halt auch klarlegen zu können, was unsere Basis ist, auf der wir stehen und wie wir halt mit der Akkuratesse eines Physikers und nicht eines Mathematikers einen Vektorraum definieren. Das ist dann unsere Ausgangssituation. Und dann werden wir beginnen, über Komponentenschreibweise zu sprechen und spätestens dann wird es neu für Sie. Weil dann kommen Co- und Contra-Variante-Komponenten, dann kommt der Metric-Tensor und dann wird es lustig. Also das wollte ich Ihnen nur jetzt am Anfang ein bisschen voraussagen, damit Sie schon sehen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Also, wie es halt so üblich ist, wir beginnen diese Vorlesung mit einer Einleitung. Es gibt kein Buch in der Literatur, das eins zu eins dem entspricht, wie ich Ihnen das vortrage. Soll heißen, ich habe mich an kein Buch gehalten, sondern das geht nach eigenem Gutdenken. Und im Laufe der Jahre hat sich halt dann herausgestellt, wie das am günstigsten ist, aus meiner Sicht. Trotzdem möchte ich zwei Bücher, damit ich halt irgendwelche Bücher nenne, nennen. Da gibt es ein Buch von H. K. Iben und heißt Tensorechnung. Und damit man das auch findet, das ist bei Täubner 1999 erschienen. Also das ist schon relativ lang her und Sie denken, so ein altes Zeug, sagt er uns. Aber das ist ja kein Thema, an dem immer weiter geforscht wird. Die Vector- und Tensorechnung ist also so gut entwickelt im Laufe der Zeit worden, dass das, was wir brauchen, dass das ja schon da ist, längere Zeit. Und es kommt eigentlich eher nur darauf an, wie es halt dann präsentiert wird. Der zweite, den ich nenne, ist AV Durand oder Durand. Ich weiß nicht, wie er sich gern ausspricht. AV Durand. Das heißt wieder Vectors in Physics and Engineering. Und das ist bei Chapman & Hall 1996 erschienen. Okay. Also das zur Literatur. Und gestatten Sie mir jetzt also einige einleitende Bemerkungen zum Stoff. Es gibt, wie Sie wissen, verschiedene Größen in der Physik. Vor allem die Skalare und die Vektoren sind Ihnen schon bekannt. Skalare gibt es so etwas wie Temperatur, Druck, Energie, elektrische Ladung, Masse. Und das lasse ich fortsetzen. Und Vektoren gibt es auch sehr viele. Also die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, der Impuls, die Kraft, die elektrische Feldstärke und das geht auch so weiter. Also diese Art von Größen sind sehr wichtig in der gesamten Physik. Und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Weil für einen Skalar braucht man nur eine Zahl, ihn zu beschreiben. Für einen Vektor braucht man entsprechend viele Komponenten, wie die Raumdimensionen sind. Und das sind eben drei. Und wenn es vierer Vektoren sind in der Relativitätsmechanik, dann braucht man vier. Also dann braucht man halt mehr. Und daneben gibt es aber auch Tensoren, von denen Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Und die werden wir einführen zunächst in einer Verallgemeinerung von den Vektoren. Und ich werde Ihnen auch gleich noch näher erklären, warum man sich mit Tensoren beschäftigt. Ich nenne Ihnen zum einen ein paar, ohne dass ich noch erklärt habe, was ein Tensor eigentlich ist. Zum Beispiel den Trägheitstensor oder den Spannungstensor. Da kommt das Wort eigentlich her. Die Tensoren sind letztlich auch eine Erfindung der Physiker. Das braucht man, wenn man den Spannungszustand eines elastischen verformten Körpers beschreiben möchte. Tendere ist das lateinische Wort für Spannern. So der Spannungstensor ist komisch. Das ist ein Spannungsspanner sozusagen. Also Tensor ist dann das übergeordnete Wort, das halt für alle derartige Gebilde gibt. Denn die Elektrizitätstensor, den man wieder für die Kristalloptik braucht, also die Physik ist auch durchsetzt mit mehreren Tensoren. Und es sind also auch Tensoren, die physikalischen Gegebenheiten entsprechen. Also nicht irgendeine mysteriöse mathematische Spitzfindigkeit. Sonst würde man sich damit ja nicht beschäftigen. Und wichtig ist, dass diese Vektoren und Tensoren unabhängig sein müssen von der Wahl des jeweiligen Bezugs- oder Koordinatensystems. Wenn man von einem auf ein anderes Bezugssystem wechselt, dann wird sich im Allgemeinen bei den Vektoren eine Änderung der Komponenten ergeben, aber in einer solchen Weise, dass der Vektor als solcher der gleiche bleibt. Also wenn man zum Beispiel den Schwerkraftvektor betrachtet, das Gewicht eines Körpers, dann kommt es darauf an, was das für x, y und z Komponenten hat, weil es kommt darauf an, wie man das Bezugssystem, das Basissystem wählt. Aber der Vektor als solcher muss immer nach unten zeigen. Das wäre ja schrecklich, wenn man das ändert, und auf einmal zeigt er nach oben. Das wäre ja völlig unphysikalisch. Das heißt, die wichtige Eigenschaft, die Unabhängigkeit von dem Bezugs- bzw. Koordinatensystem, ist ja eigentlich eine Trivialität. Das muss man ja verlangen von Größen, die man für physikalische Zwecke verwendet. Deswegen sind die Tensoren und Vektoren ja so wichtig in der Physik, weil die haben genau die Eigenschaft, die wir brauchen. Dass sie nämlich sich den Komponenten entsprechend so verändern, wenn man das Basissystem ändert, dass sie aber dann letztlich als physikalische Größe, zum Beispiel die Gewichtskraft, weiterhin nach unten zeigen. Also diese Eigenschaft haben die Vektoren und Tensoren. Notieren werden wir sie so, dass wir eine Größe schreiben mit einem Pfeil darüber. Ich glaube, das wird oft gemacht. Also Abpfeil ist ein Vektor. Dann schreiben wir meistens den Betrag, also die Länge eines Vektors. Über das sprechen wir schon genauer. Oft auch dann einfach als A. Dann lassen wir den Pfeil weg. Und der Pfeil hat den Vorteil, dass man zum Beispiel auch Vektoren verwenden kann, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet sind, was sonst vielleicht nicht so leicht wäre. Also das ist die Notation, die wir verwenden werden. Und jetzt noch in wenigen Worten, was ist also die Motivation und Zielsetzung? Wo wollen wir hin in dieser Vorlesung? Was kann ich Ihnen also anbieten? Ich werde Ihnen den Tensorbegriff als Verallgemeinerung des Vektorbegriffs vorstellen. Aber nicht gleich morgen. Das braucht schon eine Zeit, bis wir so weit sind. Da müssen wir erst lernen, wie die Vektoren sich richtig transformieren. Und dann verlangen wir einfach, die Tensoren sollen das auch können. Und so kommt man dann zum Tensorbegriff. Dann Tensoren, warum sind sie wichtig? Weil sie, wie Sie sehen werden, den Zusammenhang zwischen verschiedenen oder die Zuordnung von verschiedenen Vektoren vermitteln. Jetzt werden Sie sich sagen, das können wir eh schon. Da brauchen wir ja keinen Tensor. Zum Beispiel der Impuls ist gleich Masse mal Geschwindigkeit. Da ordnet den Impulsvektor die Geschwindigkeit zu und umgekehrt. Und die Masse ist halt der Skalar, der diese Zuordnung vermittelt. Aber das ist natürlich eine Sache, die nur dann gut geht, wenn die beiden Vektoren, die da einander zugeordnet werden sollen, parallel zueinander sind. Naja, das ist natürlich schon oft der Fall. Aber immer ist es nicht der Fall. Und man braucht gar nicht weit gehen. Das, was da bei dem linearen Impuls und der Geschwindigkeit so gut geht, weil die nämlich immer parallel zueinander sind, geht beim Drehimpuls und der Winkelgeschwindigkeit nicht. Der Drehimpuls, den muss man mit einem Tensor, den ich jetzt einmal, später nicht mehr, so bezeichne. Mal den Winkelgeschwindigkeitvektor. Warum braucht man da sowas? Weil im Allgemeinen bei der Rotation eines beliebig geformten, starren Körpers die Winkelgeschwindigkeit und der Drehimpuls nicht zueinander parallel sind. Also die Rolle der Masse wird hier von einem solchen Tensor gemacht. Und der ist im Wesentlichen eine Matrix. Vielleicht haben Sie mit Matrizen noch keine Bekanntschaft gemacht. Wenn nicht, macht das nichts. Wenn schon, ist es auch gut. Aber nur einfach zu sagen, ein Tensor ist eine Matrix, ist zu wenig. Denn es muss diese Größe, diese Matrix auch sich so transformieren, dass diese Beziehung zwischen Winkelgeschwindigkeit und Drehimpuls auch richtig bleibt, wenn man eben zum Beispiel auf eine andere Vektorbasis umtransformiert. Da müssen sich auch die Elemente dieser Matrix so mittransformieren, dass das alles wieder zusammenpasst und Sie letztlich wieder dieselbe physikalische Realität damit beschreiben. Damit habe ich Ihnen schon viel davon gesagt, aber halt nur qualitativ, was eigentlich im Hintergrund steht bei der Vektor- und Tensorrechnung. Wir wollen die Sachen so gestalten, dass die darin vorkommenden Größen alle im Sinn der Physik vernünftige Größen sind. Wir werden auch Pseudovektoren einführen. Das ist etwas Komisches. Da werden wir jetzt noch gar nicht weiter darüber reden. Nur diese Pseudovektoren. Da könnte man sich denken, wer braucht sowas? Aber das hängt zum Beispiel zusammen mit den Ihnen vielleicht aus der Schule noch bekannten Handregeln oder Schraubenregeln. Sie haben vielleicht schon einmal gehört, wenn eine Spule so von Strom durchflossen wird. Da muss man die rechte Hand so drüber legen und so geht dann das Magnetfeld. Haben Sie sich nicht manchmal gedacht, warum sich der Herrgott das so ausgedacht hat, dass man ausgerechnet die rechte Hand nimmt? Was kann das dafür, dass man es nicht... Sie müssen doch angehen. Das erkläre ich Ihnen. Und Sie werden sehen, dass das eine Frage der Festsetzung, der Definition ist. Wie so oft. Wenn man über irgendwas streitet, dann kommt man meistens darauf, das ist eine Frage der richtigen Definition. Und wenn man es ausführlich anschaut, kommt man darauf, es ist eh alles in Ordnung. Also das ist etwas, was im Zuge dieser Vektor- und Tensorrechnung auch vorkommen muss natürlich. Dann kennen Sie sicher aus der Schule schon das Vektor-Produkt. Das hat so einen Fisch, so einen Pseudo-Fisch. Also, dass A mal B gleich A-Kreis B so ist und nicht A, B und A-Kreis B so. Da haben Sie schon wieder so eine Geschichte. Warum macht man das mit der rechten Hand und nicht mit der linken? Und auch da ist eine ähnliche Sache. Wenn Sie zwei Vektoren miteinander vektoriell multiplizieren, kommt Sie da ein Pseudo-Vektor heraus. Und was das heißt, das werde ich Ihnen eingehend erklären. Weil ich weiß, dass das, obwohl sich das schon so hochspritzt anhört, was sehr Fundamentales ist, weil ich brauche Ihnen nur sagen, der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und das ist ja wirklich nichts Hochstochenes. Ein Vektor, der in der Richtung der Drehachse zeigt und dessen Länge gleich der Winkelgeschwindigkeit ist. Also, das ist wirklich elementar. Das ist ein Pseudo-Vektor. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man mit den Dingen nicht professionell umgehen. Und das werde ich Ihnen also erzählen. Da zeigt sich dann, dass das ein bisschen ein anderes Transformationsverhalten hat. Das Transformationsverhalten ist das Um und Auf. Ich werde Ihnen also die Index-Schreibweise nahe bringen. Das fängt circa in zwei Wochen oder sowas an. Wenn wir sehen. Und letzten Endes wird diese Vorlesung auch dazu dienen, dass Sie vorbereitet werden auf das Arbeiten mit krummlinigen Koordinaten. Zum Beispiel Kugelkoordinaten, Zylinderkoordinaten und Ähnliches. Was in der Physik extrem wichtig ist. Weil, wenn ein physikalisches Problem zum Beispiel kugelsymmetrisch ist, meinetwegen ein Massenpunkt wie die Sonne und umgeben von einem Feld, dann ist dieses Feld von Kraftvektoren in der Umgebung der Sonne kugelsymmetrisch. Und daher wird man das vorzugsweise nicht mit dem uns so geläufigen kathesischen Koordinatensystem XYZ beschreiben, sondern mit einem Kugelkoordinatensystem. Die ganzen Planetenbewegungen lassen sich nur gescheit beschreiben, wenn man das mit Kugelkoordinaten macht. Also darauf sollen Sie, auf die Verwendung von krummlinigen Koordinaten, sollen Sie vorbereitet werden. Nur vorbereitet. Es wird, da bin ich noch nicht ganz sicher, im nächsten Semester dann ich die VDS fortsetzen mit einem Teil 2, Vektor und Tänzerechnung 2. Und dort werde ich Ihnen dann das Arbeiten mit krummlinigen Koordinaten und die zugehörigen Begriffe, die dann wichtig sind, erklären. Dann wird es ein bisserl involvierter. Aber wenn Sie dieses Semester gut hinter sich haben, dann sind Sie so gut drauf, dass Sie das also elegant packen werden. Also das ist unser Ziel. Jetzt aber wird die Geschichte viel elementarer. Und zwar, jetzt fangen wir einmal mit dem Vektorraum an. Also das erste Kapitel unserer Vorlesung nach der Einleitung ist der Vektorraum. Der Vektorraum ist eine Menge von Elementen, die wir Vektoren nennen. Und wie gesagt, ich habe Ihnen schon angedeutet, ich werde nicht mit der Akkuratesse eines Mathematikers, sondern nur mit der eines Physikers an die Sache herangehen. Aber im Prinzip sollte das für so gut wie alle unsere Anwendungen reichen. Wir gehen davon aus, dass die Vektoren dadurch beschrieben werden, wie man sie miteinander verknüpfen kann. Und eine wichtige Verknüpfung ist die Summe von Vektoren. Das werden wir, so wie überhaupt, wo es immer nur geht in der Vorlesung alles, möglichst überall geometrisch einführen. Also auch diese Verknüpfung von Vektoren. Und wenn man also da so eine Summe C-Pfeil gleich A-Pfeil plus B-Pfeil betrachtet, dann kann man sich das geometrisch so veranschaulichen. Wir haben hier einen Vektor A-Pfeil, da einen Vektor B-Pfeil. Und wenn man jetzt den Vektor B an den Vektor A ansetzt, da so parallel verschiebt, das ist der Vektor B. Dann ist der Vektor A-Pfeil plus B-Pfeil. Und Sie sehen natürlich gleich, man kann auch mit dem B-Vektor B anfangen und den Vektor A dann so dazulegen. Kommt auf das Gleiche heraus. Daher nennt man das auch die Parallelogrammregel. Und wir haben gleich bekommen, A plus B ist gleich B plus A. Schaut so trivial aus, aber das setzt dieses Parallelogramm da voraus. Und das ist also die Kommutativität. Dann gibt es eine Assoziativität, wenn man die Summe zweier Vektoren B und der C zu, was ja wieder ein Vektor ist, zu dem Vektor A wieder summiert. Dann ist dasselbe, wie wenn man zuerst A und B summiert und dann C dazu nimmt. Assoziativität. Das kann man geometrisch auch nachvollziehen. Tue ich nicht, weil es zu lange dauert jetzt. Wir wollen ja weiterkommen. Dann gibt es den berühmten Nullvektor. Den schreibe ich so. Der ist einfach so definiert. Wenn man den wo dazu summiert, dann ändert sich nichts. So wie bei den reellen Zahlen. Fünf plus Null ist fünf. Und so A-Pfeil plus Nullpfeil ist wieder A-Pfeil. Und das führt dann auch dazu, dass wir auch sagen können, es gibt auch einen negativen Vektor, der so definiert ist. Wenn man zu dem Vektor A seinen negativen Vektor addiert, dann kommt der Nullvektor heraus. Also wenn das der Vektor A-Pfeil ist, dann muss entsprechend der Vektor minus A sein, sodass A-Pfeil plus minus A-Pfeil gleich dem Nullvektor ist. Das ist ein Punkt. Das hat keine Länge und keine Richtung. Das ist ein bisschen degeneriert. Das ist eben der Nullvektor. Und das ist alles, was ich über die Summation von Vektoren sagen möchte. Und jetzt ist genau der Punkt wahrscheinlich, wo Sie denken werden, das ist ja Urfahrt. Der erzählt uns nur Sachen, die wir eh längst wissen. Das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber nicht mehr sehr lang. Also das Nächste, was man machen kann, um die Elemente eines Vektorraums miteinander zu verknüpfen ist, man kann sie auch mit reellen Zahlen oder Allgemeinheit mit Skalaren verknüpfen. Neben der Summe gibt es also auch ein Produkt von Skalar mit Vektoren. Das ist sehr einfach. Da gehen wir also davon aus, wir multiplizieren den Vektor mit einer Zahl. Vektorabfeil. Wie kommt man darauf? Man kann zum Beispiel davon ausgeben, man nimmt einen Vektorabfeil. Die ist ausgefallen. Einen Vektorabfeil plus noch einen Vektorabfeil plus noch einen Vektorabfeil. Und dann kann man natürlich sagen, die Summe der 3, schon so hintereinander angelegt, ist dann Abfeil plus Abfeil plus Abfeil. Und da liegt nahezu sagen, 3abfeil. Und das geht aber jetzt nicht nur für natürliche Zahlen, sondern ganz generell, wenn man einen Vektorabfeil hat, dann ist der Vektor Lambda mal Abfeil ein Vektor, der in der gleichen Richtung zeigt und dessen Länge das Lambda-Fache des Vektors A ist. Nachdem ich aber noch gar nichts jetzt über die Länge gesagt habe, lassen wir das einmal damit dahingestellt. Da brauchen wir noch ein bisschen was dazu. Aber trotz alledem, obwohl ich das jetzt noch nicht wirklich da geometrisch so zu Ende diskutieren kann, kann man trotzdem wieder einiges aussagen. Einige Rechenregeln, so wie hier. Da haben wir so Rechenregeln. Ich habe die Kommutativität, die Assoziativität, Nullvektors und so weiter. So machen wir das hier auch. Also zum Beispiel 1 mal A ist gleich A. Das ist so eine Art Normierungsvorschrift. Wenn man den Vektor mit der Zahl 1, sehr wohl definierte Zahl, multipliziert, dann bleibt es derselbe Vektor. Dann, wenn man zum Beispiel einen Vektor Beta mal A-Pfeil, das ist ja wieder ein Vektor, dann mit Alpha multipliziert. Dann ist dasselbe, wie wenn ich zuerst Alpha mit Beta multipliziere und das dann mit A-Pfeil. Hier haben wir das Produkt eines Vektors mit einem Skalar, doppelt so. Und hier haben wir da die zwei Skalare multipliziert. Und wir multiplizieren hier dann mit dem Vektor. Das ist eine Assoziativität. Und dann gibt es noch zwei Distributivitäten. Die Summe zweier Vektoren, wenn man das multipliziert mit einer Zahl Alpha, dann ist das Alpha mal A-Pfeil plus Alpha mal B-Pfeil. Da kann man also 9 multiplizieren. Das geht aber auch so, dass man das mit den Skalaren kann. Alpha plus Beta mal einem Vektor A-Pfeil ist Alpha mal A-Pfeil plus Beta mal A-Pfeil. Und da haben wir wieder so ein paar Rechenregeln. Auch wieder so typischerweise 4. Ja? Oh ja. Da. Ah, da. Gibt es eine Vektor-Multifizierung eines Skalaten-Inverselemente? Naja, also einen inversen Vektor eins durch einen Vektor, das gibt es nicht. Und wie gibt es bei dieser Multiplikation eigentlich keine Versen, die Meister kennen? Naja, Vektorraum ist ein bisschen was anderes als die reellen Zahlen. Die kennen nicht alles, aber dafür kennen sie wieder ein paar Sachen, was die reellen Zahlen nicht kennen. Das ist halt so. Aber man kann nicht den Reziprokwert eines Vektors bilden. Wenn Sie jetzt einen Ausdruck finden, wo im Nenner ein Vektor steht, dann ist das irgendwie krankhaft. Was natürlich sein kann, ist, dass man ein Skalarprodukt zweier Vektoren hat. Auf das kommen wir gleich. Das ist dann eine Zahl. Und da können Sie auch eins durch das schreiben. Aber eine vektorielle Größe, die wirklich einen Vektor darstellt, die hat im Nenner nichts verloren. Okay. Wir kommen sowieso jetzt gerade dazu. Und das ist jetzt das Erste, wo es sein könnte, dass das, was wir da jetzt besprechen, in genau der Form Sie noch nicht kennen. Aber vielleicht doch, dann wird es mich freuen. Aber ich will heute eine einheitliche gute Basis für uns schaffen. Wir sprechen über das Skalarprodukt zweier Vektoren. Und werden dieses auch geometrisch einführen. Indem wir also das mit einer anschaulichen Skizze erläutern. Skalarprodukt heißt das, weil man zwei Vektoren miteinander multipliziert und es kommt ein Skalar, also eine Zahl heraus. Es gibt dann auch, ich habe es auch vorhin schon mal kurz erwähnt, ein vektorielles Produkt, wo man zwei Vektoren miteinander multipliziert, es kommt ein Vektor heraus. Das lässt bei uns jetzt noch auf sich warten. Denn um das sauber einführen zu können, sodass man sie wirklich auskennt und auch diesen komischen Pseudo-Charakter, der da drin steckt, auch richtig charakterisieren kann, brauchen wir die Tensorrechnung bereits dazu, sonst geht das gar nicht. Und insbesondere einen Tensor dritter Stufe, den Epsilon-Tensor. Das will ich jetzt einmal nur so in den Raum stellen, nicht um sie zu schreiten, sondern damit Sie sehen, da kommt jetzt einiges auf Sie zu. Und vor allem, warum erzählt er uns das nicht gleich jetzt? Wir werden hier nur das Skalarprodukt besprechen, weil ich noch nicht die Mittel habe, Ihnen das vektorielle Produkt in entsprechender Weise vorstellen zu können. Daher nur das Skalar. Es hat auch noch eine ganz merkwürdige Eigenheit. Dieses Skalarprodukt, das ich jetzt gleich erklären werde, ist ebenso wie alles andere, was wir da bis jetzt geschrieben haben, in beliebigen Dimensionen möglich. Zweidimensional, dreidimensional, vierdimensional, was sich keiner mehr vorstellen kann, allgemein enddimensional, was sich als Recht keiner vorstellen kann. Aber jedenfalls in der Mathematik, wenn das alles so schön weitergeht, warum soll man sich künstlich auf irgendeine Dimensionszahl beschränken? In den praktischen Anwendungen wird man natürlich, wie in der Anzahl der Fälle, mit drei Dimensionen rechnen. Aber das entspricht nur dem mysteriösen Faktum, dass unsere Welt gerade drei Raumdimensionen hat. Keiner weiß, warum. Okay, also das Skalarprodukt ist nur, ist in beliebigen Dimensionszahlen definiert. Das vektorielle Produkt, aber witzigerweise in der Form, wie wir es verwenden, nur ausgerechnet in drei Dimensionen. In nicht weniger und nicht mehr. Und das zeigt Ihnen schon, dass das irgendein bisschen was Spezielles ist. Deswegen muss es auch speziell behandelt werden. Also das zeigt Ihnen auch, dass das eine wesentlich beschränktere Begriffsbildung ist. Das, was wir jetzt am Anfang machen, ist nur das Skalarprodukt. Und da schreiben wir also auf, Lambda, das bezeichnen wir meistens, soll eine Zahl, einen Skalar darstellen, ist gleich Abfeil Skalar mit B pfeilt. Und dieses Skalarprodukt wird häufig wie dann so ein Knödel da dazwischen bezeichnet. Wenn man dann schon viel damit arbeitet, braucht man das nimmer mehr. Aber das soll schon andeuten, dass da wirklich zwei Vektoren miteinander multipliziert werden. Während da wird ein Skalar mit einem Vektor multipliziert. Da hat das B-Pfeil ist gleich Lambda mal A-Pfeil. Da mache ich auch so ein Punkt, da müsste ich nicht. Aber das ist was anderes als das. Das ist eine Verknüpfung eines Skalars mit einem Vektor. Das ist eine Verknüpfung von zwei Vektoren. Das liefert einen Vektor, das liefert einen Skalar. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Und jetzt kommt es also darauf an, wie definiert man das? Und da möchte ich gleich dazu sagen, diese Definition, die jetzt ich Ihnen zeigen werde und die also irgendwie die Basis oder die Grundlage für die Definition des Skalarproduktes ist, die ist sehr stark an die Physik angeknüpft, weil der Arbeitsbegriff in der Mechanik, also eine Kraft, die an einem Körper längs eines Weges eine Arbeit verrichtet. Das haben Sie sicher dabei in der Vorlesung noch nicht gehört, aber aus der Schule werden Sie das kennen. Der Arbeitsbegriff, wenn man einen Koffer hebt und wo hin steht, hat man Arbeit geleistet. Dieser Arbeitsbegriff wird mit Hilfe des skalaren Produktes des Verschiebungsvektors und des Kraftvektors ausgerechnet. Das ist also eine geniale Sache. Das haben, ich möchte uns also nicht so wichtig machen, uns Physiker, aber das haben alles die Physiker eingeführt. Ja wirklich. Und waren aber auch recht tüchtige Mathematiker. Letztlich auch die Differenzialrechnung ist zwar, glaube ich, von Leibniz und Newton simultan eingeführt worden, aber die eigentliche Wurzel, die Motivation dafür liegt in der Physik, dass man eben die Geschwindigkeit eines Körpers an einem bestimmten Zeitpunkt eindeutig bestimmen können soll. Das geht eben nur mit der Differenzialrechnung. Da kam es her. Dann haben Sie natürlich gierig die Mathematiker darauf gestürzt, haben das so gut wie möglich verallgemeinert, präziser dargestellt. Gott sei Dank. Da hat man jetzt wirklich ein gutes Werkzeug zur Verfügung. Also ich möchte keinesfalls das schlecht machen. Das ist ein Glück, dass das alles so gut durchgearbeitet ist. Aber vieles kommt aus der ursprünglichen Erfordernis der Physik. Auch dieses skalare Produkt. Lassen Sie mich das also aufzeichnen. Wir betrachten einen Vektor A und wir betrachten einen Vektor B. Die zeichnen ich halt einmal jetzt so ein. Unterschiedliche Richtungen und wir zeichnen sie jetzt so ein, dass sie beide von einem Punkt ausgehen, den ich als O bezeichne. Und das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren erhält man, indem man hier eine Normalprojektion dieses Vektors B auf A einführt. Wobei das jetzt anschaulich klar sein soll, was da Normalprojektion heißt. Den über Winkel habe ich ja noch nicht gesprochen. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Dann nenne ich den Endpunkt des Vektors A A, den Endpunkt des Vektors B B, und diesen senkrecht herunterprojizierten Punkt mit B'. Den bezeichne ich so. Und jetzt bezeichnen wir das Skalarprodukt A skalar mit B als die Länge des Vektors A, das ist also die Strecke O A, mal der Länge der Normalprojektion von B herunter auf die Richtung von A. Das ist also die Länge O B'. Und das ist es schon. So macht man das. Sollten Sie das schon kennen, dann können Sie es sehr freudig wiedererkennen. Sollten Sie es noch nicht, wer weiß das von Ihnen schon? Na doch, Chauffele, sehr gut. Also jedenfalls merken Sie es sich, Länge des einen Vektors mal Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Jetzt stellt sich sofort die Frage, geht das auch umgekehrt? Was kommt dann raus? Na das geht natürlich. Da müssen wir dann den Vektor A auf die Richtung von B projizieren. Das geht so, dass wir dann hier diese Normalprojektion durchführen. Da haben wir da einen rechten Winkel. Und da wird dann das A auf ein A' projiziert. Und jetzt kommt es darauf an, wie schaut das aus? Wenn wir jetzt B skalar mit A bilden, dann ist es die Länge des Vektors B, das ist OB, mal die Länge der Normalprojektion von A auf die Richtung von B, das ist OA'. Und jetzt ist natürlich sofort die Frage, ist das jetzt dasselbe oder nicht? Und da kann man die Ähnlichkeit von Dreiecken heranziehen, um das festzustellen. Schauen Sie einmal, die beiden Vektoren haben miteinander einen bestimmten Winkel. Und da haben Sie ein rechtwinkeliges Dreieck, wo der Winkel drin ist. Daher müssen diese Dreiecke miteinander ähnlich sein. Weil nachdem die Winkelsumme 180 Grad ist, muss dann auch der dritte Winkel derselbe sein. Also sind diese Winkelsumme, sind diese Dreiecke ähnlich? Ich schreibe das da gleich daneben. Das Dreieck OAA' ist ähnlich dem Dreieck OBB', OAA'. Die sind ähnlich zueinander. Na, wenn die ähnlich sind, dann kann man sofort eine entsprechende Ähnlichkeitsrelation aufstellen. Also, OB' zu OB, OB', das ist eine Kathete zu OB, das ist die Hypotenuse, entspricht auch OA' zu OA'. Ich glaube, das sehen Sie. OB' zu OB ist dasselbe, ist gleich OA' zu OA, wegen der Ähnlichkeit dieser Dreiecke. Na, da sehen Sie schon, jetzt hat man doch die Geschichte mit Außenglieder multiplizieren und Innenglieder. Also haben wir da OA mal OB', das folgt daraus, ist gleich und jetzt OB mal OA'. Und genau das brauchen wir, denn das ist OA mal OB', und das ist OB mal OA'. Und damit ergibt sich sofort aus dieser geometrischen Definition auch schon wieder eine wichtige Rechenregel. Es gilt also auch für das Skalarprodukt, die Kommutativität A skalar mit B ist gleich B skalar mit A. Aber ich meine, so selbstverständlich, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, ist es eigentlich nicht. Wenn man das als Definition heranzieht, muss man sich überlegen, wieso das jetzt wirklich kommutativ sein soll. Na ja, und dann gibt es so verschiedene Assoziativitäten. Jetzt werden Sie denken, das ist vielleicht sowas wie A mal B mal C ist gleich A mal B mal C. Kommt mir das sinnvoll vor? Kann das sein? Das ist als Produkt zwei Vektoren, Skalarprodukt ein Skalar. Und der wird mit dem Vektor multipliziert, nicht als Skalarprodukt. Und dann haben Sie daher wieder einen Vektor, der wieder mit dem Skalar multipliziert wird. Das heißt, es schaut so aus, als ob A immer parallel zu C sein müsste. Und das wollen wir ja nicht immer voraussetzen müssen. Also, das ist eine sinnlose Sache. So hintereinander setzen Sie, dass man letzten Endes so etwas kriegt wie A skalar mit B skalar mit C. Das ist Nonsens. Weil eben das Skalarprodukt zwei Vektoren einen Skalar ergibt, den man dann nicht mehr wieder als Skalarprodukt mit einem weiteren Vektor multiplizieren kann. Dann hätte man das Produkt eines Skalars mit einem Vektor. Das ist aber was anderes als das Skalarprodukt. Ich glaube, Sie verstehen mich. Also, das ist nichts. Aber es gibt schon Assoziativitäten. Und zwar eine Assoziativität. Alpha mal A-Pfeil. Tun wir das einmal so zusammen. Mal B-Pfeil ist auch gleich Alpha mal A-Pfeil. Skalar B-Pfeil. Da können Sie die Klammern umsetzen. Und das ergibt einen Sinn. Weil Alpha mal A-Pfeil ist das Produkt eines Skalars. Wo ist er? Mit einem Vektor. Ist wieder ein Vektor. Und der wird Skalar mit dem Vektor B multipliziert, kommt der Skalar heraus. Und da haben Sie einen Skalar multipliziert mit dem Skalarprodukt von A und B. Da kommt wieder ein Skalar heraus. Also, das kommt hin. Bitte. Ich habe eine Frage. Was ist, wenn man vier Vektoren herneimt? Ja, das lässt sich dann fortsetzen natürlich. Wie sieht er trotzdem ein Skalar aus? Wo wollen Sie vier? Hier? Oder hier? Oder was meinen Sie? A, B, C und D. Wo ist ein Vektor und das A und B zusammen? Naja, wenn Sie schreiben A Skalar mit B mal C Skalar mit D, kommt ein Skalar heraus. Das stimmt schon. Aber da können Sie jetzt nicht die Klammern umdrehen. Und jetzt auf einmal sagen, Sie machen A mal D und dann B mal C. Da kommt etwas Falsches heraus. Das geht so nicht. Und vor allem Assoziativität heißt ja, Sie lassen es, wie es ist und verändern nur die Klammern. Und wenn Sie da Klammern verändern, dann haben Sie zum Beispiel A mal B mal C mal D. Was soll das jetzt sein? Das ist nichts. Also, diese Art von Assoziativität gibt es nicht. Aber das gibt es. Und das ist auch was. Denn hier multiplizieren Sie ja den Vektor Alpha mal A Skalar mit B und hier multiplizieren Sie das Skalarprodukt A mit B dann mit dem Skalar Alpha. Also, das ist ein bisschen was anderes. Und man kann dann zeigen, das muss man halt auch so mit Ähnlichkeitsüberlegungen machen, dass das auch so ist. Da kann man lauter solche Zeichnungen machen. Das ist ein bisschen umständlicher. Aber Sie glauben mir schon, dass man das machen kann. Oder Sie können es ja probieren, wenn Sie nichts anderes zu tun haben. Gerade am Studienanfang hat man eh nichts zu tun. Dann setzen Sie sich hier und versuchen das. Das heißt nicht. Gut. Dann gibt es eine Distributivität. A-Pfeil Skalar mit B plus C. Das ist gleich A-Pfeil B-Pfeil plus A-Pfeil C-Pfeil. Jetzt habe ich mich mit dem ganzen gejumpert. Da habe ich die Tafel zusammen. Na gut. Ich will Sie mit sowas halt nur warnen, was man nicht machen soll. Wir können es hinein multiplizieren. A-P plus A-C. Eine solche Distributivität gibt es also. Na ja und dann haben wir noch was. Wenn man A-Skalar mit B hat und das ist gleich Null. Jetzt nicht der Nullvektor. Wo gibt es einen Nullvektor? Wo war denn einer? Wo war denn einer? Da ist zum Beispiel einer. Das ist ja auch eine Zahl. Weil das Skalarprodukt zwei Vektoren ist ja eine Zahl. Die Zahl Null. Dann ist keineswegs gesagt, dass irgendeiner der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Jetzt genügt ja, wie Sie wissen, dass die beiden nur normal aufeinander stehen müssen. Und das wird schon Null. Das werden wir schon alles noch genauer anschauen. Aber jedenfalls, wenn das Null ist und außerdem das B-Pfeil beliebig wählbar und es bleibt immer Null, dann muss auch das A-Pfeil gleich dem Nullvektor sein. Und damit kann man jetzt sagen, was man unter dem Vektorraum versteht. Das ist eine Menge von Elementen, die all diesen Rechenregeln genügen, die man in der Weise miteinander verknüpfen kann. Das kann alles Mögliche sein. Jedenfalls aber auch die Vektoren unserer Anschauung. Denn mit denen haben wir ja diese Rechenregeln gerade aufgestellt. Und damit ist also das Erste... Ist da... Ja? Gibt es hier ein neutrales Element bei der Nullvektor? Was meinen Sie damit? Wenn ein Einheitsvektor multipliziert ist, ist das eine selbe Vektoren auch noch herausgekommen? Nein, weil es auf die Richtung ankommt. Nein, es gibt ein paar Sachen nicht bei den Vektoren. Also darauf ist eben zu achten. Deswegen ist es auch ganz gut. Ich bin froh für solche Bemerkungen. Ich wäre auf sowas gar nicht gekommen, aber Sie haben völlig recht. Um eben hier eine solide Basis zu legen. Sie sehen, was geht und was nicht geht. Das, was geht, steht da. Und die anderen gehen nicht. Und so unterscheiden sich halt die Vektoren von Zahlen. Reelle Zahlen haben andere Eigenschaften. Natürlich schon manchmal ähnlich. Zum Beispiel die Kommutativität. Wo haben wir denn das gehabt? A mal B ist B mal A. Das haben wir hier aufgeschrieben. A mal B ist B mal A. 5 mal 3 ist 3 mal 5. Das gilt auch bei den reellen Zahlen. Also alles weg ist nicht. Aber es ist halt ein bisschen anders. Und das entspricht halt der anderen Struktur eines Vektorraums. Der anderen Verwendung von Vektoren. Also wir haben hier jetzt den Vektorraum für unsere Zwecke genau genug. So definiert, dass das eine Menge von Elementen ist, die diesen Verknüpfungsregeln genügen. Und diese Elemente nennt man dann Vektoren. Welcher jetzt? Die da? Wenn A mal B gleich Null ist und B beliebig gewählt ist, warum folgt darauf, dass A mal Null ist? Dass A Null wirkt. Das ist doch das Heck, wo mich gedacht ist. Naja, überlegen Sie einmal. Wenn A mal B gleich Null ist und Sie können einen beliebig gelegten Vektor B machen, dann muss A gleich Null sein, sonst kann das ja nicht Null werden. Verstehen Sie? Und das kann man also aus der Geometrie sofort erkennen, aber dann hier eben als Rechenregel aufschreiben. Und hier wird also erstmals das gemacht, was wir dann noch ein paar Mal machen werden. Wir kehren den Spieß um und sagen jetzt, jetzt gehen wir umgekehrt her, rahmen einmal die ganze Geometrie auf die Seite und sagen, Vektoren sind Elemente eines Vektorraums, die diesen Verknüpfungen genügen. Und das reicht uns. Damit kann man alles ausrechnen, was man will. Aber natürlich bleiben immer die Vektoren für uns im Hinterkopf, so Pfeile mit Länge und Richtung und so weiter. So, also dann kommen wir jetzt nach dem Vektorraum, beim dritten Kapitel zu Determinanten und Matrixen. Da muss erst einmal klargestellt werden, was ist überhaupt eine Matrix und was ist eine Determinante. Eine Matrix, das ist ganz allgemein einfach eine rechteckige Anordnung von Zahlen. Also, zum Beispiel, so in großen Klammern schreibt man das hinein, 5, 3, minus 4, 0, 0, 2, 1. Das ist eine 2 mal 3 Matrix. Wir werden in weiterer Folge nur quadratische Matrizen betrachten hier, wo also die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Spalten gleich groß sind. Also, ab jetzt nur quadratische Matrizen. Na ja, und dann ist zum Begriff der Matrix jetzt gar nicht mehr mehr zu sagen für uns, aber was wichtig ist für uns ist, wie man dann einer solchen Matrix eine einzelne Zahl zuordnet, nämlich ihre Determinante. Das geht bei quadratischen Matrizen und das wollen wir jetzt einmal Schritt für Schritt einführen. Eine 2 mal 2 Matrix nehmen wir zunächst einmal her und rechnen uns, definieren uns einmal die zugehörige Determinante. Das schreibt man als Determinante von und dann haben wir halt, schreiben wir mal so, A, B, C, D. Zwei Zeilen, zwei Spalten. Eine quadratische 2 mal 2 Matrix. Und das definiert man jetzt, indem man sagt, das nach rechts unten kriegt ein Plus, das nach links unten kriegt ein Minus und das ist A, D minus B, C. Und Sie werden natürlich jetzt denken, wie kommt man auf sowas? Das definiert man halt so. Na ja, das ist natürlich nicht sehr befriedigend für Sie. Wir werden schon auf ein Bildungsprinzip kommen. Und zwar jetzt gleich anschließend. Wir werden das jetzt vor als nächstes für eine 3 mal 3 Matrix aufschreiben. Und da schreiben wir jetzt nicht A, B, C, D, E, F, G, H, I, weil da gehen einem dann sehr rasch die Buchstaben aus. Daher werden wir jetzt erstmals einmal Indizes verwenden. Jetzt kommen Sie einmal notgedrungen vor. Die Determinante von einer 3 mal 3 Matrix. A1-1, A1-2, A1-3, A2-1, A2-2, A2-3 und A3-1, A3-2 und A3-3. Drei Zeilen, drei Spalten, eine 3 mal 3 Matrix. Ich möchte ja bei der Gelegenheit sagen, es ist wichtig, dass Sie, wenn Indizes vorkommen, und das wird immer häufiger jetzt der Fall sein, dass Sie die nicht zu sehr hinfuzeln, so dass man sie dann nicht lesen kann. Ordentliche, das ist was Handfestes. Schreiben Sie nur ordentliche Indizes hin. Machen Sie zur Not, dass die Größe, die dann index behaftet ist, entsprechend größer und schreiben Sie die Indizes gut lesbar hin. Ansonsten wird es dann ein Salat. Und das möchte ich Ihnen also ersparen. Na, um hier also da die Determinante zu bestimmen, hat der Herr Sarü die Idee gehabt, die ersten zwei Spalten noch einmal dazu zu schreiben. Also, da kommt noch einmal A1-1, A1-2, dann A2-1, A2-2 und A3-1, A3-2 vor. Und sonst machen wir wieder ganz etwas Ähnliches wie hier. Nach rechts unten Plus. Das geht da noch einmal. Und letztens auch hier. Und nach links unten Minus. 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 Und das kann man wieder entsprechend aufschreiben. Und das tun wir jetzt. Wir schreiben diese Summanden alle auf. Einmal die Positiven. Minus. Also das ist gleich. A1-1, A2-2, A3-3. Plus. A1-2, A2-3, A3-1. Plus. Minus. A1-3, A2-1, A3-2. Und jetzt geht es weiter mit Minus. Noch einmal so viele. Insgesamt sechs solche Produkte. Insgesamt sechs solche Produkte kommen da vor. Minus. Minus. A1-3, A2-2, A3-1. Minus. 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 A1-1, A2-3, A3-2. Nochmal Minus. A1-2, A2-1. Und A3-3. Und das schaut eigentlich völlig unübersichtlich aus. Und jetzt kann man also eine Phase des kontinuierlichen Anstarrens einsetzen. Man schaut sich die Geschichte länger an. Und dann fällt einmal auf, die ersten Indizes sind immer 1, 2, 3. Auch hier. Das ist schon mal was. Damit wird das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher. Jetzt müsste man sich also noch die zweiten Indizes anschauen. Und da sehen Sie jetzt, da haben wir hier oben 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Die sind zyklisch gleich. Ich werde das einmal da so aufschreiben. 1, 2, 3. Und gehen wir einmal so herum. Da haben Sie jetzt bei den Positiven da. 1, 2, 3. Dann 2, 3, 1. Und dann 3, 1, 2. Sehen Sie das? Das ist doch ganz gut. Und jetzt andererseits schauen wir uns das hier an. Da gehen wir in die Gegenrichtung. Also, was haben wir da? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 3, 1, 3. 2, 1, 3. Schau dran. Also, wenn Sie da länger hingeschaut hätten, dann wäre Ihnen das wahrscheinlich auch aufgefallen. Aber das muss man also bemerken. Und jetzt werden Sie sich denken, wunderbar. Jetzt weiß ich, wie das ist. Ich brauche immer nur zwei Spalten dazustreiben oder vielleicht eine dritte und das da so weitermachen. Das geht aber nicht. Diese sogenannte Regel von Sarü geht nur für das Dreidimensionale. Für 3x3-Matrizen. Da verwendet man, kann man verwenden, die Regel von Sarü. Aber das übergelagerte Prinzip ist das mit diesem zyklisch Gleich und zyklisch Ungleich. Jetzt muss ich Ihnen dazu noch etwas erklären, damit Sie verstehen, was mit diesem zyklisch Gleich und Ungleich gemeint ist. Das werden wir in weiterer Folge brauchen. Da erkläre ich es gleich ganz hier. Wenn wir 3 ein Trippel von Zahlen. 1, 2, 3 betrachten. Dann kann man da, wie man will, Permutationen durchführen. Also zwei von den dreien vertauschen. Zum Beispiel die zwei. Dann führt das zu 2, 1, 3. Na, wenn ich jetzt wieder dieselbe vertausche, das ist ja nichts. Ich komme wieder da her. Also vertauschen wir zum Beispiel einmal die. Aber es müssen auch nicht benachbarte sein. Sie könnten jetzt auch 2 und 3 vertauschen. Aber damit also irgendeine Regelmäßigkeit ist und man lässt nichts vergessen, vertauschen wir jetzt die beiden. Wir kommen zu 2, 3, 1. Das geht so weiter. Jetzt werden wir wieder die ersten Znagel tauschen. Und dann kommen wir zu 3, 2, 1. Und jetzt wieder die zweiten 2. 3, 1, 2. Und jetzt wieder die ersten 2. 1, 3, 2. Und sie kommen auf 1, 2, 3. Und das hatten wir schon. Da haben wir angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Permutationen gibt es. Da zahlen 1, 2, 3. Ist das überraschend? Nein. Nein. Weil die Anzahl der Permutationen von 3 Elementen ist 3 faktorielle. 3 mal 2 mal 1. Und das ist 3 mal 2, 6. Und das ist also nichts Neues. Das hier, da brauche ich nur wieder zurückgehen und fange von vorn wieder an. Sie sehen also, da haben wir jetzt so mehrere Anordnungen von diesen Zahlen, wo immer durch eine Permutation man weiterkommt. Und da sagt man jetzt, ein solches Zahlentrippel ist eine gerade Permutation von 1, 2, 3. Hören Sie mir gut zu. Eine gerade Permutation von 1, 2, 3, wenn es in einer geraden Anzahl von Schritten erreichbar ist. 0 ist eine gerade Zahl. Die mit 0 Schritten steht ja schon da. Die nächste ist dann mit 2 Schritten. 1, 2. Das müsste eine gerade Permutation sein. Also ist eine gerade Permutation. Dann kommt wieder eine Ungerade, dann kommt wieder eine Gerade. Und mehr gibt es nicht. Also da haben wir 1, 2, 3. 2, 3, 1. Und 3, 1, 2. Das ist gerade das, was da so mit 1, 2, 3. 2, 3, 1. Und 3, 1, 2. Weiß eingezeichnet ist. Die sind alle zyklisch gleich. 1, 2, 3. Sind gerade Permutationen. Sehen Sie, dass es eine unterschiedliche Vorgehensweise war. Hier zählt man ab, wie viele Permutationen da sind. Und dort schaut man, wie das herumläuft. Jetzt werden Sie sich denken, ne, wozu? Er zählt uns beide? Genügt ja eins und fertig. Aus und Schluss. Wollen wir das zu Ende denken? Ungerade Permutationen. 1, 3, 5 sind die ungeraden Zellen. Eine Permutation liefert das. Drei Permutationen liefern das. Fünf Permutationen liefern das. Und Sie sehen natürlich jetzt schon 2, 1, 3. Das geht so rot da herum. Dann haben wir 3, 2, 1. Haben wir da. Und 1, 3, 2. Passt also wunderbar. Na, dann haben wir schon das allgemeine Bildungsprinzip. Man braucht ja nur sagen, zyklisch gleich oder zyklisch ungleich. Und das ist falsch. Denn wenn man jetzt zu 4 geht. Eine 4x4-Matrix zum Beispiel betrachtet. Wie viele so Permutationen haben wir denn dann, wenn wir die so aufschreiben wollen? 4x3 ist 12x2 ist 24. Die können wir aber so nicht erreichen. Indem wir da schreiben, 1, 2, 3, 4. Da haben wir nur 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. Und 4, 1, 2, 3. Das ist zu wenig. Das werden nicht alle. Das heißt, das ist nur ein, wenn Sie wollen, Zufall, der sich so glücklich fügt, dass er gerade für unsere räumliche Dimensionszahl verwendbar ist. Aber sonst nicht. Und daher mathematisch eigentlich ein Blödsinn. Aber wenn man sich also in erster Linie immer um dreidimensionale Anwendungen kümmert, dann ist es schon praktisch, es zu haben. Ich streiche jetzt das weg. Aber nicht das. Solange Sie wissen, dass es beschränkt ist auf genau drei Dimensionen. So ähnlich wie das Vektorele-Produkt übrigens. Sie schimmern schon Sachen durch ein bisschen. Also die werden wir schon noch konkretisieren. Also Sie sehen, gerade und ungerade Permutationen. Und da kann man das jetzt natürlich noch schöner formulieren. Man kann sagen, diese Determinante von der 3x3-Matrix ist eine Summe aus so Produkten, wobei die ersten, zweiten Indizes eine gerade Permutation der ersten sind. Dann kriegen Sie ein Plus. Und dann weiter solche, wo die zweiten Indizes eine ungerade Permutation der ersten sind. Und dann kriegen Sie ein Minus. Und das lässt sich jetzt verallgemeinern auf beliebige Dimensionen. Nur das wächst sich gleich aus. Weil ich mir mal gesagt, für 4x4-Matrixen sind das schon 24 so Terme. Na, das schreit nach einem Computer. Das will mir dann niemandem mit der Hand machen. Aber man soll zumindest wissen, wie es geht. Und jetzt werden wir das also zum Schluss. Das geht sich jetzt gerade noch gut aus. Aufschreiben. Eine n mal n Matrix. Also da schreiben wir auf Determinante von. Und da haben wir a11 bis a1n und an1 bis ann. Und jetzt brauchen wir das nur, so wie wir es gesagt haben, mit Summen aufschreiben. Das ist also gleich. Eine Summe, wo wir uns jetzt diese Permutationen so aufschreiben müssen. Wir schreiben also dann auf. Das ist eine Summe über a1-Alpha, a2-Beta bis an Omega. derart, dass dieses Alpha bis Omega bis Omega eine Gerade der Mutation von 1,2 bis n ist. Vermeiden Sie es bitte einmal zu sagen, immer dann eine gerade Permutation. Oder das ist eine ungerade Permutation. Wovon? Es geht ja immer daraus an, wo man anfängt zu permutieren. Meistens wird man mit 1,2,3 anfangen. Aber es ist günstiger und klarer, wenn Sie sagen, eine gerade Permutation von 1,2,3. Oder eine ungerade Permutation von 1,2,3. Mehr gibt es nicht. Nur gerade oder ungerade. das ist das eine. Das ist das eine. Und jetzt kommt Minus. Wieder so eine Summe. A1-Alpha, A2-Beta bis an Omega. Wobei jetzt die Alpha, Beta bis Omega eine ungerade Permutation von 1,2 bis n ist. Und damit ist die Determinante einer NRN-Matrix eindeutig definiert. Und Sie haben bei der Gelegenheit gleich dazugelernt, was es mit den geraden und ungeraden Permutationen einer bestimmten Ausgangspermutation auf sich hat und was man mit zyklisch gleich und zyklisch ungleich meint. Und dass Sie sich gleich vormerken, so im Hinterkopf, dieses zyklisch gleich und zyklisch ungleich geht nur in drei Dimensionen. Es zeigt sich, wir leben in einem dreidimensionalen Raum und da passt es also. Haben wir Glück gehabt. So, jetzt aber würde ich sagen, reicht es für heute. Wir haben jetzt also die Determinanten und Matrizen besprochen und wir beginnen dann nächste Woche mit dem Kapitel Inhalt und Winkel. Wir werden da Volumina und Winkel behandeln und Sie werden sehen, wie man dann daraus den absoluten Betrag eines Vektors, den Winkelzweivektoren und so weiter herleiten kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.